Magdalen College, der Name spricht sich aus, ist eines der älteren Colleges der Universität Oxford. Gegründet im Jahr 1458 gilt Magdalen noch heute als eines der renommiertesten und schönsten Colleges der Universität. Magdalen College befindet sich am östlichen Rand der Oxforder Innenstadt am Ufer des River Cherwell. Bischof Wayne Fleet gründete 1458 auf dem Gelände des Hospital St. John das Magdalen College. Die Überreste des alten Hospiz wurden dabei integriert. Berühmt sind unter anderem der zentrale Klostergang von Magdalen aus dem 15. Jahrhundert, die Parkanlagen, der 44 Meter hohe Glockenturm und das New Building aus dem 19. Jahrhundert. Alljährlich am 1. Mai um 6 Uhr früh erklingt von der Spitze des Turms der lateinische Gesang des Magdalen College Criar. Von 1543 bis 1548 war der englische Komponist John Shepard der Musikdirektor des College. Der Titel Informator Choristarum wird dem Musikdirektor heute noch verliehen. In der Kapelle des Colleges befindet sich seit den frühen 1990er Jahren eine zeitgenössische Kopie des Abendmahls von Leonardo da Vinci. Einer der bekanntesten Absolventen des Magdalen College war der ehrestämmige Schriftsteller Oscar Wilde. In den 1950er Jahren lehrte hier C. S. Lewis, unter anderem bekannt als Verfasser der Narnia-Romane, der Historiker E. J. P. Taylor war Magdalen ebenso verbunden wie der Literatur-Nobelpreisträger Seamus Hini. Auch Lord Tennant, der bedeutendste britische Richter des 20. Jahrhunderts sowie David Southey und Stephen Breyer, beide Richter am obersten Gerichtshof der USA, studierten am Magdalen College. Ein weiterer bekannter Student war der Historiker Edward Gibbon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017